Ich glaube, wir müssen noch lange mit der Corona leben. Man ist doch immer wieder in Gefahr. Mein Name ist Elisabeth und ich wohne im Haus St. Teresa, wo es mir gut gefällt und ich mich wohlfühle. Jetzt ist es schon besser, weil wir wieder hinausgehen dürfen. Also man fühlt sich jetzt wieder richtig frei. Es wird ja für uns alles gemacht. Es ist heute mein Zuhause, muss ich sagen.